. Hast du wollen schwimmen? Du bist ein Deutscher. Speedy! Ja, schau mal, was die Schwester macht. Die Badewanne hineingehe. Speedy, du nassige Maus! Wie siehst du denn aus? Das Liebe, die Falle, die Falle, die Falle, die Wind, denn die Feuerwehr benötigt, was zerfährt. Ja, sag ich auch. Machst du nur viel Sachen? So, im Herzen, nach Ägypten, die braucht er kein Öl, aber ab und zu mal Wasser, denn sonst kommt er nie zu nasser, oder wenn man auf der Autobahn mit dem Auto verpackt. Also, schaust die Ergeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.